Hallo, ich bin Josefine Stube, ich bin 31 Jahre alt und arbeite bei Astro- und Feinwerktechnik Atlas Hof GmbH als Industriemechanikerin. Astro- und Feinwerktechnik entwickelt und verfertigt Raumfahrtkomponenten und Systeme wie zum Beispiel Reaktionsräder oder Kleinsatelliten. Ich arbeite an verschiedenen CNC-Fräsverarbeitungszentren im 3- und 5-Achs-Bereich. Zu meinen Aufgaben gehören das Rüsten der Maschinen und der Werkzeuge, das Einfahren der Bauteile mit anschließender Prüfung der Maßhaltigkeit und die Programmoptimierung von vorgegebenen Kamp-Programmen. Ich programmiere auch einfachere Bauteile und Vorrichtungen selbst an der Maschine. Außerdem bin ich für den Fertigungsbereich Sicherheitsbeauftragte und achte auf die Einhaltung des Arbeitsschutzes und die Vermeidung von Arbeitsunfällen. Also für mich war schon früh klar, dass ich einen praktischen Beruf erlernen möchte. Ich finde es einfach faszinierend, wie aus einem Rohteil durch die Ausübung meines Berufes ein fertiges Bauteil wird. Ich habe mich für einen Arbeitsplatz in Berlin entschieden, weil ich ursprünglich vom Stadtrand Berlin komme und mir die Nähe zu meiner Heimat wichtig war. Mittlerweile bin ich auch in den Bezirk Treptow-Köpenick gezogen und ich finde es sehr schön, hier zu leben und zu arbeiten, weil das ein besonders grüner Bezirk ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. auf Bis zum nächsten Mal.